Die heutige Geschichte In einer windigen Nacht verließ ein alter Zauberer seine Hütte. Jede Faser seines Herzens schien sich nach dem alten Steinkreis an der Küste zu sehnen. Und wie jeder weise Mann folgte auch der alte Zauberer dem Rufe seines Herzens. Im Dorf wusste man um die Eigenarten des Zauberers, also kümmerte es niemanden, wenn er mitten in der Nacht das Dorf auf dem Weg zur Küste durchquerte. Außerdem war er so gut wie unsichtbar, denn wer sich in Harmonie mit den Elementen bewegt, der verschmilzt mit ihnen, pflegte der alte Zauberer zu sagen. Und auch seine nachtblaue Robe tat ihren Teil dazu, den Zauberer mit der Nacht eins werden zu lassen. Bald würde er den Steinkreis erreicht haben. Er erwartete bereits mit freudiger Spannung den Moment, an dem er den Steinkreis um Einlass bitten würde. Immer wenn er in dessen Mitte saß, hatte der alte Zauberer das Gefühl, wirklich zu Hause zu sein. Ein Zauberer, das sollte ich euch nicht verschweigen, hat natürlich keine Ahnung von Zauberei. Für einen echten Zauberer existiert Zauberei nicht einmal. Denn was ein wahrer Zauberer unter Zauberei versteht, ist Kaninchen aus einem Hut zu ziehen. Und damit würden sich wahre Zauberer nicht aufhalten. Denn diese wenigen wirklichen Zauberer besaßen das Wissen über den Zusammenhang der Dinge. Wie verhält sich Wasser zum Lauf des Mondes? Warum blühen Blumen in der Sonne? Darauf wussten wahre Zauberer schon Antworten, lange bevor die Wissenschaft alles nur mehr auf Zellen und Moleküle reduziert hatte. Auch unser alter Zauberer wusste um die Geheimnisse der Natur. So hatte er schon Mittel gegen so manches Übel gefunden. Und es war unter den Dorfbewohnern eine bekannte Tatsache, auch wenn der Zauberer als eigentümlich galt, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Dieser Zauberer lebte darüber hinaus noch in einer Zeit, in der die Menschen annehmen konnten, dass es verschiedene Arten von Leuten gab. Es wurde anerkannt, dass jeder seinen eigenen Glauben und sein eigenes Wissen hatte. Und solange kein anderer durch diesen Glauben oder dieses Wissen zu Schaden kam, war alles erlaubt. Zu viele Regeln engen die Wahrheit ein, pflegte der alte Zauberer zu sagen. Nun war der Zauberer am Steinkreis angekommen. Die Wächter der Steine verneigten sich vor dem alten Mann und gewehrten ihm Einlass. Im Zentrum des Kreises schien der Wind nicht mehr zu wehen, fast als würde dieser einen Bogen um den Steinkreis machen. Der Zauberer setzte sich an den für ihn bereitgestellten Platz. Jetzt spürte er, was alle Menschen fühlen konnten, wenn sie ganz genau aufpassen. Er fühlte die Kraft des Ortes, die ihn durchdrang und jede Zelle seines Körpers schien sich mit Licht zu füllen. Dadurch fand der Geist des Zauberers Anschluss an die große Einheit, die alle Dinge miteinander verbindet. Und in diesem Meer aus Licht und Geborgenheit wurde ihm der Grund für seinen Besuch offenbart. Es war nun an der Zeit für ihn zu gehen. Er sollte die gewohnten Kleider abstreifen und zurück in die große Einheit kommen, aus der er stammte. Ohne Furcht vernahm der alte Zauberer die Kunde. Er freute sich, den Körper zurückzulassen und wieder heimkehren zu dürfen. Und doch formten seine Gedanken eine letzte Bitte. Eine Bitte, wie sie nur dem Herzen eines wahrhaft liebenden Menschen entspringen kann. Ich freue mich nun, gehen zu können. Dennoch wartet eine letzte Aufgabe auf mich. Möge das, was von meinem irdenen Leib zurückbleibt, ein Segen für alle Menschen sein. Darum fülle sich mein Körper nun mit dem goldenen Licht einer höheren Intelligenz. Dieses Licht möge an die Erde weitergegeben werden, in der meine sterbliche Hülle ihr letztes Lager findet. Dies Licht durchdringe meine Gebeine, auf das sie mein Leben bezeugen, nicht meinen Tod. So sprach der Zauberer und ging heim. Am nächsten Morgen fanden die Bewohner des Dorfes die Überreste des Zauberers. Sein Leib wurde beigesetzt, ohne dass man sich viele Gedanken um ihn gemacht hätte. Doch dann geschah etwas Wundersames. Im Dorf taten sich neue Wasserquellen auf. Das Wasser dieser Quellen schmeckte süßer und lieblicher als jedes zuvor bekannte Wasser. Wer aus diesen Quellen trank, wurde von seinen Leiden geheilt. Das Wasser erinnerte in dieser Eigenschaft an das Wirken des alten Zauberers. Noch heute fließen diese Heilquellen. Und auch, wenn wir vergessen haben, an welchem Ort sich diese Geschichte zugetragen hat, ist eines sicher. Immer wenn jemand eine solche Quelle sucht, wird sie gefunden. Denn dies ist das Vermächtnis des alten Zauberers, der, obwohl er schon lange in die große Einheit gegangen ist, niemals vergessen hat, was der Mensch benötigt, um friedvoll und gesund auf Erden zu leben. Und das ist das Vermächtnis des Zauberers.